Herzlich willkommen zurück zu VVVVVVVV, einem grauen Retro-Spiel mit sehr viel Charme. Das hier ist kein Teleporter. Das Gravitron! Ich hasse das Gravitron! So viel weiß ich noch vom ersten Durchspielen. Niemand liebt das Gravitron. Das Ziel ist einfach 60 Sekunden überleben, also einfach gesagt. Einfach getan ist es nicht. Ha! Das Schöne ist, immerhin speichert es quasi alle 5 Sekunden. Äh, hä. Also, ich verliere nie mehr als 5 Sekunden, wenn ich dann doch mal sterben sollte. Das Problem ist nur, nicht zu sterben ist halt echt nicht einfach. Das sieht man, glaube ich. Oh, meine Güte. Immerhin. 5 Sekunden geschafft. 45, yeah. Hey, Moment. Hä? Das muss da gerade anders jedes Mal? Finde ich ja blöd. 40, ja. Jetzt kommen sie beidseitig. Oder erst mal nur von rechts? Okay. Auch gut. Wieder 5 Sekunden geschafft. Wahrscheinlich kommen sie gleich beidseitig. Ja, jetzt kommen sie beidseitig. Natürlich. War ja klar. Oh, come on. Wie zur Hölle. Vielleicht war ich einfach auf eine Seite immer... Ne, okay, so auch nicht. Aber eine Seite war gar nicht so dumm. Okay, vielleicht doch. Oh, das war auch nicht gut. Komm, ich war jetzt einfach mal ein bisschen aus. Ja, so viel dazu. Ach, komm schon. Vielleicht soll ich mal versuchen, hinter die Viecher zu zielen, statt vor sie. Also, so quasi. Hey. Ja, 5 Sekunden mehr geschafft. Also, 5 Sekunden weniger. Oh, ich frage mich, wie man das schaffen soll, ohne zu sterben. Das geht doch kaum. Das geht doch kaum. Nein. So knapp. So knapp. Gerade lief's echt gut. Nein. Ach, nö. Hey, noch noch 5 Sekunden. Yay. Geschafft. Tschüss, Gravitron. Du kannst mich mal... ähm... gravitieren. Puh, ein Ding ist gut. Ich... Ja, ich fühl mich auch dissen. Haus der Spiegel. Zurück zum Schiff. Hoffe ich doch. Ja, natürlich. Zurück zum Schiff. Das hat funktioniert. Sehr schön. Dann rede ich mal eben mit dem, was er zu sagen hat. Diese andere Dimension, in der wir gelandet sind, ähm... muss irgendwie mit dieser verbunden sein. Sonst noch was? Ich bin so froh, dass es für Violet geht. Es sind wohl ein paar. Ich glaube, ich kann das Schiff wieder zum Laufen kriegen. Aber es wird ne Weile dauern. Ich bin ein... Ich bin ein... Ingenieur. Ja, ein Ingenieur. Hey, und die Schatzkommel wird sich langsam. Wie viel habe ich schon? 15, genau. Ich hätte auch zählen können, aber... Hey, das war zu schwer. So, was sagt die Karte? Die Karte sagt... Ah, direkt unterhalb des Schiffes geht es rechts nochmal rein in einen Tunnel. Hole ich mir den nochmal. Ist das hier? Nein, es ist unter mir. Der hier müsste... Moment, welcher von beiden? Im unteren war ich schon. Also, es ist wohl der obere. Der hier. Mal schauen, wo das hinführt. Und ich will erst mal so ein bisschen ums Schiff rum erkunden. Um das Schiff rum erkunden. Einfach um alles so ein bisschen aufzudecken. Sonst habe ich nachher so einen fetten Lückenteppich überall. Ah, jetzt bin ich wieder hier oben. Wenn mich nicht alles täuscht. Müsste hier... Gibt gleich der Abgrund sein mit den Stapeln, oder? Na, ist auch egal. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Ich wollte nach unten. Ach so, das führt einfach nur durch. Okay. Aber ich kann weiter nach rechts und dann nach unten pfeilen. Mach ich doch ein. Warte mal. Bäh. Genau hier. Ui. Bäh. 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 Ähm, okay. Ein ganz schön tiefer Fall. Komm ich jetzt wieder zurück? Wenn ich weiter falle? Nein, aber zu einem Teleporter. Und mir scheint... Mir gibt es Rätsel. Yeah, Baby. Gib mir Rätsel. Wow, der Turm. Ich habe gerade unten gesehen. Und oben, wenn ich zu nah an den Rand komme, fahren Staffeln aus. Das heißt, ich kann... Ich darf nicht zu langsam sein, aber auch nicht zu schnell. Genau, wenn ich zu schnell bin, passiert das. Wenn ich zu langsam bin, passiert das. Also im Prinzip das gleiche, nur mal von oben. Und mal von oben. Das war zu schnell. Das war erst recht zu schnell. Und es gibt hier irgendwo ein Trinket. Ja, genau das da drüben. Das hätte ich gerne. Ausnahmsweise mal. Beim letzten Durchspielen habe ich es nämlich nicht gekriegt. Die Frage ist nur, wie kriege ich das? Gehe ich da hin? Dann da hoch? Nee, das reicht nicht. Kann ich darüber? Ja, ich kann darüber. Alles klar. Super. 15 von 20. Immerhin. Dafür habe ich jetzt halt den Checkpoint da rechts nicht. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Nein! Ich sagte aufpassen. Nein! Habe ich das Trinket jetzt eigentlich noch? Oh ja, ich habe es noch. Ne, nein! Ach komm, den hole ich mir jetzt. Das ist doch echt blöd. Nein! Komm schon! Stell dich nicht so an, Junge. Geht doch. Ich werde jetzt klatschauf angehen für den zweiten Versuch. War ja klar. Ist hier ein Trinket? Nein! Ich schätze mal. Das sieht nach einer schwereren Route aus. Wahrscheinlich gibt es hier ein Trinket. Nein! Ach, da muss ich auf den kleinen Vorsprung. Na ja, den kriege ich. Ich weiß es ja jetzt. Hä? Was? Nein! Ich hänge an der Treppe. Nein! Nein! Ah! Diese Koordination. An den Ölschirmumbrüchen. Oh Gott, das ist immer so ein kleiner Vorsprung. Egal, ich schaffe das. Wer hat doch gelacht. Nein! Ich kriege das hin. Oder so. Ja! Trinket! 16 von 20. Da hätte man nicht reinkommen können von der anderen Seite. Zweifle ich ja ein bisschen. Fahre ich mir doch gleich mal an. Ah, okay. Kommen wir nicht. Alles gut. Das geht nicht. Da ist so eine Stufe. Oh Gott. Leap of Faith. Ja. Wir sind hier weiter im Pfeil. Nein. Nein. Komm schon, das geht direkt, oder? Natürlich geht das direkt. Tut mir leid, dass ich gerade so ein bisschen wenig erzähle. Ich bin ziemlich konzentriert. Nicht zuletzt, weil ich hier auch nicht wirklich abschalten kann im Turm. Keine Pausen machen kann. Das ist einfach durchgeht, weitergeht. Hier zum Beispiel. Boah. Nein. So knapp. Oh, kommt schon. Nein. 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 Da muss ich kurz runter. Und dann zentral hoch. Genau. Nein. So knapp. Nein. Was warten? Der Turm ist zu Ende. Das ist dann wohl dieser unendlich hohe Raum. Warum genau ändert das hinten dran das Bild hier nicht mehr? Interessant. Captain! Oh Gott, ich bin so froh, dich zu sehen. Ich dachte, ich wäre der Einzige, der vom Schild entkommen ist. Vermillion! Ich wusste, dass es hier gut geht. Also, wie sieht es aus? Blablabla. Okay, na, dann gehen wir besser zurück. Es gibt ein Telefon in den nächsten Raum. Warum hast du den nicht benutzt? Ach so, die können ja nicht flippen, stimmt. Ja, ganz vergessen. Ganz vergessen, dass die nicht flippen können. Willkommen zurück. Äh, wo ist der Captain? Ah, nein! Mist! Hallo? Willen jemand aus... äh, da? Mist! Ich glaube, ich kann jetzt nicht mehr alle Trinkets kriegen, weil ich mir die hätte holen müssen, bevor ich den letzten... das letzte Crewmitglied rette. Das wäre ärgerlich. Na, egal. Was soll's. Ist ja eigentlich auch nur Kühe und keine Pflicht. Äh, Moment, was? Ich kann doch... ach so, ja, genau. Ich muss ja gar nicht hier wieder zurück. Das ist ja Blödsinn, was ich da mache. Ich muss einfach nur hier weiter. Und, äh... ach so, ja, genau. Ich muss dann auch solche netten Sachen... So, das ist ja, wenn ich da die Pferde aufmache. Okay? Bleiben beide Hälften da. Gut. Die Folge jetzt ist aber auch schon wieder lang genug. Und deswegen würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Im... vermutlich letzten Abfchnitt des Spiels. Das heißt, der vermutlich letzten oder vorletzten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dahin.